Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Im heutigen Podcast geht es um die HSBC mit ihrer Umstrukturierung. Goldman Sachs und die Bank of America haben ihre Zahlen vorgelegt, Volkswagen wird massiv in China investieren, Johnson & Johnson ist positiv gestimmt fürs laufende Jahr, GSK kauft Bellos Health, Apple ist im Q1 nur leicht hinter Samsung und ein neuer Tesla wird kommen und sogar günstiger sein. Fangen wir mal direkt an mit der HSBC, denn der Großaktionär Ping N, die halten rund 8,3% aller HSBC Aktien, hat sich jetzt doch für eine weniger radikale Umstrukturierung ausgesprochen. Der Ping N-Chef hat erklärt, dass er nicht der Meinung sei, dass das Unternehmen das Asien-Geschäft komplett abspalten sollte, bisher ist man davon ausgegangen, denn das Asien-Geschäft ist eins der profitabelsten der Bank bzw. eigentlich eher gesagt das profitabelste Geschäft der Bank und er hat jetzt vorgeschlagen, dass die HSBC eine Mehrheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft dann behalten wird. Die soll nämlich an der Hongkonger Börse gelistet werden. Dieser Schritt würde die Bedenken der HSBC vollständig ausräumen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die globale Wertvernichtung, steigende Betriebskosten und rechtliche Hindernisse. Kommen wir zur nächsten Bank und zwar Goldman Sachs, die verlieren nämlich doch etwas, sie haben weniger Gewinn gemacht. In den ersten drei Monaten, also bis Ende März, fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um 18% und zwar auf 3,2 Milliarden US-Dollar, das sind rund 2,9 Milliarden Euro. Insgesamt sank der Umsatz um 5% auf 12,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten tatsächlich mit höheren Einnahmen gerechnet und dementsprechend kamen die Zahlen bei den Anlegern jetzt auch nicht so gut an. Besonders enttäuschend ist im Übrigen das Handelsgeschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen gewesen. Das ist für Goldman Sachs traditionell sehr wichtig. Dort sind die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also Q1 2022, um 17% auf 3,9 Milliarden Dollar gefallen und blieben damit deutlich unter den Markterwartungen. Das hat im Übrigen die Gesamtzahl noch etwas runtergezogen. Die Bank of America hat durch die höheren Zinseinnahmen doch profitieren können und zwar haben sie auch gleich den Gewinn gesteigert. Im ersten Quartal 2023 stieg der Gewinn im Gegensatz zum Jahr 2022 um 1 Milliarde auf 7,66 Milliarden Euro. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 94 US-Dollar Cent. Analysten hatten nur mit 82 US-Dollar Cent je Aktie gerechnet. Die steigenden Erträge widerspiegeln eine starke Verbesserung der Nettozinserträge, gepaart mit einem unserer besten Quartale im Handelsgeschäft, hat der Finanzvorstand nochmal erwähnt. Die Nettozinserträge stiegen im Auftaktquartal um 25% auf 14,4 Milliarden US-Dollar. Die Gesamterträge lagen bei 26,3 Milliarden US-Dollar und haben damit auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die lagen bei 25,13 Milliarden US-Dollar. Im Übrigen hat das Geldhaus auch noch Geld zur Seite gelegt für drohende Kreditausfälle und zwar 931 Millionen US-Dollar. Genauso wie die größte US-Bank JP Morgan, wobei die natürlich um einiges mehr zurückgelegt hatten. Kommen wir mal zu Volkswagen und dem Investment in China. Denn Volkswagen möchte auf dem sehr wichtigen oder eher gesagt Volkswagen wichtigsten Markt China deutlich an Entwicklungsgeschwindigkeit zulegen. Und dafür wird eine Milliarde Euro in einem Innovationszentrum in China investiert. Dieses Zentrum soll dann die Entwicklungszeit um knapp ein Drittel kürzen. Volkswagen verliert aktuell auf dem sehr wichtigen oder wichtigsten Markt für Volkswagen halt eben die Marktanteile. Und zwar geben sie die unter anderem natürlich am BYD, aber auch andere Unternehmen ab. Und genau damit soll dann in Zukunft Schluss sein. Heißt also, sie möchten gerne wieder weiter mithalten. Dies Entwicklungs- und Innovationszentrum soll in der südchinesischen Stadt Hefai entstehen. Dort sollen vollvernetzte intelligente Elektrofahrzeuge etwa 30% schneller als bislang entstehen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Am heutigen Tag kommt dann auch der Volkswagen-Vorstand zusammen, um die neue China-Strategie untereinander abzustimmen und weiter auszugestalten. Um das Ganze auch nochmal mit dem Absatz ein bisschen zu unterstreichen. Vergangenes Jahr lieferte der Konzern 3,2 Millionen Fahrzeuge in China aus. In guten Jahren waren es dann aber tatsächlich auch mal mehr als 4 Millionen Fahrzeuge. Kommen wir wieder in die USA und kommen mal zu Johnson & Johnson. Die sind nämlich besser als erwartet ins neue Jahr gestartet. Fürs laufende Jahr wird man deswegen auch zuversichtlicher. Im ersten Quartal konnte der Konzern den Umsatz steigern. Allerdings landete man in den roten Zahlen und zwar ganz einfach infolge des milliardenschweren Vergleichs im Bereich oder im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Körperpuder. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Abgesehen davon lief das Geschäft jedoch besser als gedacht. Im laufenden Jahr soll der Umsatz tatsächlich bei 97,9 bis 98,9 Milliarden US-Dollar liegen. Das wäre währungsbereinigt ein Anstieg von 5,5 bis 6,5 Prozent. Zuvor war der Konzern bei beiden Enden der Spanne von einer Milliarde weniger ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll von 10,60 bis 10 US-Dollar 70 sein. Dort hatte man bisher 10,45 bis 10 US-Dollar 65 anvisiert. Im vergangenen Jahr lag der Gewinn je Aktie noch bei 10 US-Dollar und 15 je Aktie. Im ersten Quartal sind die Erlöse im Jahresvergleich um 5,6 Prozent gestiegen und zwar auf 24,75 Milliarden US-Dollar. Das sind, wie ich schon erwähnt hatte, mehr als Experten erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn ging im ersten Quartal um knapp 1 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar zurück. Einschließlich der Einmalzahlung, die man ja leisten muss, ist das Unternehmen ins Minus gerutscht in die roten Zahlen und zwar mit 68 Millionen US-Dollar. Bleiben wir mal einfach im Pharma-Bereich und kommen zum Pharma-Riesen GSK. Die übernehmen nämlich Bellos Health. Die Aktie von GSK ist darauf etwas unter Druck gekommen. Bellos Health ist dagegen aber ziemlich stark angestiegen. Insgesamt wird man das Unternehmen für 2 Milliarden US-Dollar übernehmen oder anders gesagt 14,75 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen hat ein neues Medikament in der Pipeline und zwar geht es hierbei um Kamli Pixant. Das wird dann im Jahr 2026 voraussichtlich zumindest auf den Markt kommen. Ab 2027 soll es dann wohl auch einen positiven Effekt auf den bereinigten Gewinn der Aktie von GSK haben. Die vorgeschlagene Übernahme ergänzt unser Portfolio an Spezialmedikamenten und baut auf unsere Expertise im Bereich der Atemwegstherapien auf, sagte der Chief Commercial Officer Luke Mills. Im Übrigen hat sich die Bellos Health Aktie durch diese Übernahme oder durch dieses Übernahmeangebot tatsächlich fast verdoppelt. Und damit kommen wir jetzt auch mal zu Apple, denn Apple ist laut Marktforschern im Q1 nur ganz knapp hinter Samsung. Und klar, es geht hierbei um die Marktanteile im Smartphone-Bereich. Apple hat einen Marktanteil von 21% erreicht. Laut der Analysefirma Canaleys Samsung kommt wohl auf 22%. Für Apple ist das im Übrigen ein ungewöhnlich hoher Marktanteil. Meist sind sie relativ weit vor Samsung und zwar im Q4, wenn dann auch tatsächlich die neuen iPhones rauskommen. Ansonsten sind sie immer doch, was heißt deutlich schwächer, aber um einiges schwächer als Samsung. Hier sind sie jetzt tatsächlich extrem nah dran. Übrigens, der Smartphone-Markt insgesamt schrumpfte im ersten Quartal und zwar um 12%. Das ist jetzt auch der fünfte Quartalsrückgang in Folge nach einem sehr starken Geschäft Anfang der Corona-Pandemie. Übrigens, der Apple-Chef Tim Cook hat auch den ersten Apple Store in Indien eröffnet und zwar sogar persönlich. Die örtlichen Medien haben von der Öffnung am Dienstag in Mumbai berichtet. Ein zweiter Apple Store soll auch noch diese Woche in der Hauptstadt Neu-Delhi eröffnet werden. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht, beziehungsweise ganz kurz noch davor. Aktuell muss man auch sagen, der indische Markt ist sehr, sehr preisbewusst und wird extrem von Android-Geräten dominiert. Deswegen haben iPhones dort einen extrem Kleinmarktanteil. Jetzt aber wirklich zur letzten Nachricht und zwar zu Tesla, denn es gibt Insider-Nachrichten. Tesla soll wohl das neue Model 3 tatsächlich schon im Q3 rausbringen. Dieses soll sich dann etwas verändern vom Aussehen, auch vom Innenraum her. Und vor allen Dingen soll der Kaufpreis nochmal deutlich gesenkt werden. Es heißt nur deutlich gesenkt, keiner weiß jetzt so ganz genau, wie teuer das neue Model 3 dann sein wird. Die Informationen wurden übrigens von Tesla bisher noch nicht offiziell bestätigt. Einige Experten gehen jedoch davon aus, dass es unter anderem ist, um BYD nochmal weiter anzugreifen und halt einfach eine entscheidende Rolle einzunehmen, auch im etwas günstigeren Bereich mit den Fahrzeugen. Und das war es jetzt auch mit der Aktien-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen und natürlich auch Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.